Herzlich willkommen liebe Zuschauer zu einem neuen Interview der Woche hier aus unserem Studio in Schwerin. Ich habe mir heute den Bundestagsabgeordneten Dietrich Mondstadt hier in unser Schweriner Studio eingeladen. Herr Mondstadt, vielen Dank, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Aus gutem Grund natürlich halten wir natürlich Abstandsregeln und Hygieneregeln ein. Natürlich ist die Maske auch immer mit dabei. Herr Mondstadt, wie ist die Stimmung im Bundestag? Die ist natürlich im Augenblick angespannt, würde ich sagen. Wir haben schwierige Rahmenbedingungen für Politik in Corona-Zeiten. Wir versuchen, die Pandemie zu überwinden über verschiedenste Maßnahmen, sowohl im Gesundheitsbereich als auch aufgrund der vielen Restriktionen im Wirtschaftsbereich die Unternehmerinnen und Unternehmer zu stützen. Das sind nicht einfache Entscheidungen und von daher sind wir schon sehr belastet und die Stimmung ist entsprechend angespannt. Und in der CDU-Fraktion, wenn man die aktuellen Ereignisse nimmt, natürlich im besonderen Maße sind Dinge, die nicht schön sind, die nicht nur Freude machen. Würde ich gleich nochmal hinterfragen, aber es gibt ja immer wiederum Kritik aus der Opposition heraus, was die Zusammenarbeit zwischen Regierung und Parlament anbelangt. Was sagen Sie da als sozusagen natürlich Angehöriger der Regierungsfraktion? Ist diese Kritik berechtigt, die da aus Opposition von linken, AfD, Grün kommt? Aus meiner Sicht nein, absolut nicht. Also die Zusammenarbeit zwischen Regierung und Parlament, sowohl was die Regierungskoalition als auch was das Parlament insgesamt angeht, also in diesem Fall die Informationen des Gesundheitsausschusses, sind exzellent. Wir haben zig Debatten im Deutschen Bundestag gehabt, über 100 mittlerweile, die sich mit im Weiteren mit und um Corona ranken. Das heißt, wir haben das intensiv diskutiert. Die Diskussion geht ja an der Linie entlang, wie intensiv müssen Grundrechtseinschränkungen, die eigentlich keiner will, auch die Regierung nicht, wie intensiv müssen die in jeder Einzelfrage, in jeder Einzelfrage im Parlament diskutiert werden. Da sind wir der Meinung, dass die Regeln, die wir getroffen haben, die ja alle im Parlament, die gesetzlichen Rahmenbedingungen verabschiedet wurden, dass die ausreichen und dass dann die Exekutive, also die Regierung, auch den Spielraum haben muss, schnell auf die Abläufe zu reagieren, weil das das Parlament in dem Maße nicht kann. Ich finde mich da gut informiert. Ich empfinde das als eine sehr intensive, starke Mitarbeit und Information durch die Regierung. Das, was die Opposition naturgegebenermaßen dort erklären muss, kann ich so nicht erkennen, stimmt auch in der Form nicht. Herr Mozart, gerade jetzt natürlich die Geschichte mit AstraZeneca, dass natürlich hier in Deutschland nicht mehr geimpft werden kann, weil noch mal geprüft werden kann, ist dieser Impfstoff wirklich sicher? Wie reagiert man dann im Bundestag darauf? Gut, wir haben die aktuelle Situation leider noch nicht diskutieren können. Grundsätzlich war ich, bis mich die Information auch leider gestern erst erreicht hat, der Meinung, dass AstraZeneca sogar der beste Impfstoff ist, weil er ein Outcome hat bei Krankenhauseinweisungen, bei schweren Verläufen oder auch bei Todesfällen, da war der Wirkungsgrad viel höher und der Schutz viel höher als bei den anderen beiden zugelassenen oder bei den anderen dreien, bei J&J kann man das noch nicht sagen, bei den anderen beiden zugelassenen und verwendeten Impfstoff, wenn ich das so formulieren darf. Nach den, nach den, nach den, T&J war Johnson & Johnson. Johnson & Johnson, genau. Der ist ja auch zugelassen mittlerweile in der EU, aber wir haben noch keine Dosen. Das wird also im Laufe der nächsten Woche werden uns die ersten Lieferungen erreichen. Nach den Erfahrungen gestern, also nach denen die entsprechenden Berichte, dass dort eine Thrombosenbildung in manchen Bereichen aufgetreten sind, nach meinen Informationen, die sind aber von gestern 11 in Deutschland, 30 EU-weit, muss man das natürlich prüfen und hinterfragen. Ich habe mit sehr viel Sorge auf meinen Gesundheitsminister geschaut, der morgens noch erklären musste, dass man eigentlich AstraZeneca weiter impfen möchte, weil man ja auch abwägen muss, wie schützt man die Gesellschaft, die Bevölkerung mit einer durchlaufenden Impfkampagne gegen Einzelfälle, die aufgetreten sind. Aber die haben sich dann doch so gehäuft, dass man jetzt hier auch ausgesetzt hat und erstmal schauen will, wie die Entwicklungen sind. Grundsätzlich war ich der Meinung, dass AstraZeneca ein sehr gut geeigneter Impfstoff ist, genauso gut wie die anderen beiden. Hoffen wir, dass Ihr Urteil wieder bestätigt wird, weil dieser Impfstoff ja weltweit ja millionenfach nach wie vorher geimpft wird auch. Und jetzt setzt Deutschland aus, andere Länder vielleicht auch, um das nochmal zu testen. Vielleicht auch der... Vielleicht darf ich noch eines sagen, man muss natürlich sich genau anschauen, ob es da Vorerkrankungen gab, genetische Dispositionen. Wenn da sowieso jemand zu einer Thrombosenbildung neigt, dann kann natürlich so eine Impfreaktion das noch überlagern. Das kann man noch nicht beurteilen. Dann bleibt es abzuwarten, so wie Sie es gesagt haben, wie die Experten. Das ist ja keine Empfehlung der Politik, sondern eine Empfehlung des PAI, des Paul-Ehrlich-Instituts, der dann aufgrund der Risikoabschichtung gesagt hat, wir setzen erstmal aus. Und das hat die Politik dann auch zu akzeptieren, wie ich finde. Ihre Fraktion musste ja andere Einschläge noch hinnehmen in den letzten Wochen. Da war der Vorwurf natürlich Lobbyismus bis hin zu Korruption, was gerade hier die Produktion von Masken anbelangt, Unterstützung der Abgeordneten, aber auch in Richtung Aserbaidschan. Wie gehen Sie selbst damit um mit den Vorwürfen natürlich? Da wird ja jetzt gefordert, ein Lobbyregister einzuführen. Was sagen Sie als Bundestagsabgeordneter? Also wir haben natürlich da Vorgänge, die nicht in Ordnung sind und kriminelles Verhalten. Auch Steuerhinterziehung beispielsweise ist nicht schönzureden. Das möchte ich auch gar nicht versuchen. Die Leute, die dort Fehlverhalten an den Tag gelegt haben, sind zur Verantwortung zu ziehen. Da können wir auch nur mit entsprechendem Vertrauen und Transparenz arbeiten. Und die Abstimmung zu einem Lobbyregister mit dem Koalitionspartner sind ja weit fortgeschritten. Und wir werden dort zu entsprechenden Regelungen kommen. Und wir haben intern in der CDU-Fraktion auch festgelegt, dass wir über diese gesetzliche Regelung hinaus uns einen Verhaltenskodex geben wollen, der solche Fälle zukünftig möglichst vermeidet. Weil wir wollen das nicht. Die Masse der Abgeordneten arbeitet auch absolut korrekt und transparent und bereichert sich nicht gerade in solchen Krisensituationen. Und der Einzelne, der das dann macht, muss dann auch, wie ich finde, berechtigt zur Rechenschaft gezogen werden. Der Unmut in der Bevölkerung, wenn man so will, was Corona anbelangt, was die Maßnahmen anbelangt, steigt ja auch die Unzufriedenheit. Die Wirtschaft natürlich gerät immer mehr natürlich in Spannung. Wir sind hier im Tourismusland. Wir haben Gastronomiebetriebe, Hotellerie, Einzelhandel, all die Klagen. Sehen Sie Licht am Ende des Tunnels? Können Sie sagen, okay, da tut sich etwas und wir müssen jetzt bloß noch geduldig sein? Also man wird natürlich durch solche Abläufe mit AstraZeneca immer wieder ein Stück weit zurückgeworfen. Grundsätzlich finden wir die Belastung oder empfinden wir die Belastung in ähnlichem Maße. Ich bin auch Corona-müde, wenn ich das so sagen darf. Es dauert doch schon sehr lange. Wir können nur hoffnen, dass durch Testen auf der einen Seite, durch Impfen auf der anderen Seite die dritte Welle vermieden wird. Klar ist im Augenblick nach meiner Wahrnehmung, dass wir mehr Fälle herausfiltern, weil wir auch mehr testen, weil mehr unerkannt Erkrankte dann rausgefiltert werden. Perspektivisch wird das aber dazu führen, dass dort weniger Infektionen stattfinden. Die Testentwicklung schreitet fort. Wir sind aktuell bei fast 9 Millionen Impfungen, wenn man Erst- und Zweitimpfungen zusammennimmt. Ich hoffe, dass wir in diesem Monat noch 10 Millionen Erstimpfungen schaffen. Und wenn wir dann genug Impfstoff haben, das kann man für AstraZeneca und die Aussetzung nicht beurteilen, aber wenn wir dann mehr Impfstoff haben, dass wir im April dann, wenn wir die Hausärzte mit einbeziehen können, wenn genug Impfstoff da ist, bis zu 5 Millionen Probanden pro Woche impfen können, sodass wir im April vielleicht noch 10, vielleicht auch 15 Millionen Impfungen schaffen. Und dann ist langsam Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Im Laufe des Mai wird durch Testen und Impfen der Zustand so erreicht sein, wie ich hoffe, dass wir dann in Größenordnung lockern können. Vielleicht noch keine Fußballstadien füllen oder entsprechende Festivalveranstaltungen oder eng umschlungen in einer Diskotanzen, aber Gastronomie, Hotellerie, also auch die Perspektive für unser Tourismusland würde ich dann schon sehen. Und wir müssen dann das auch entsprechend entscheiden, sondern wir können eine Zeit lang die Wirtschaft über Wasser halten, aber irgendwann ist dann auch mal der Punkt erreicht, wo das nicht mehr leistbar ist. Herr Monschatz, Sie sind Gesundheitspolitiker im Bundestag und wir hatten Sie hier schon im Studio zu anderen Themen, zum Beispiel natürlich Diabetes. Kommen Sie mit den Themen im Bundestag überhaupt noch durch oder überschattet Corona alles, wie auch unser Interview hier? Also das ist natürlich schwierig. Corona überlagert alles im politischen Altersgeschäft, aber gerade jetzt ist ein Einsatz für Diabetikerinnen und Diabetiker, wie ich finde, besonders gefordert, weil wenn man einen Typ 2 oder Typ 1 Diabetes ausgebildet hat, ist man besonders gefährdet. Die erkrankten Diabetikerinnen und Diabetiker sind prozentual sehr viel häufiger von schweren Verläufen und damit auch von Beatmungspflichten, aber auch von Todesfällen betroffen, wenn dann noch eine entsprechende Alterskorde dazu kommt. Deswegen muss man gerade jetzt sich dafür einsetzen, dass die Situation verbessert wird, bis hin zu dem Ansatz, dass solche Patientinnen und Patienten dann auch in der Impfstrategie weiter nach vorne rücken, weil sie besonders gefährdet sind. Von daher kann ich nicht erkennen, dass durch meine Zuständigkeit da irgendwas zurückgenommen werden muss. Gerade jetzt gilt es sich da einzusetzen. Aber es ist ja jetzt auch so entschieden worden, dass die Diabetiker in die zweite Gruppe aufrücken, wenn man entsprechende Parameter erfüllt und das finde ich auch richtig so. Ja, nochmal letzte Frage. Was wären Themen im Bundestag, die Sie natürlich hier für die Region gerade nochmal vorantreiben? Also wir haben natürlich in meinem Wahlkreis eine relativ gute Situation. Wir haben die Verkehrsprojekte, die der Bund machen konnte. Die Autobahn ist fertig. Wir bauen jetzt gerade zum Leidwesen vieler, auch meiner Wahrnehmung, die B321 aus. Da sind wir intensiv dran. Wir haben es geschafft, gerade über die Abläufe im Gesundheitsbereich, die Krankenhausstruktur im ländlichen Bereich, aber auch in Schwerin entsprechend zu stärken. Das werden wir auch weiter tun müssen. Da waren ja viele weitreichende Entscheidungen, die auch in Kommunikation mit den Verantwortlichen vor Ort entstanden sind, zu treffen. Da, wo normales Krankenhausgeschehen zurückgefahren wird, waren entsprechende Hilfsmaßnahmen erforderlich. Das sind schon herausfordernde Aufgaben, die man hier absolvieren muss. Und dann nehmen wir mal ein ganz anderes Thema, was mich immer wieder umtreibt. Der Wolf. Bei fast 50 Wolfen in meinem Wahlkreis behaupten manche Fachleute, muss man sich Gedanken machen, ob das eine Anzahl ist, die wir noch tolerieren können oder ob wir da nicht zu anderen Entscheidungen kommen müssen. Die Bevölkerung aus dem Land, die durch Wolfsattacken betroffen ist. In vielen Bereichen ist jedenfalls längst an dem Punkt, dass sie sagen, wir brauchen keine Tausendwürfe in Deutschland, sondern wir müssen den Bestand erheblich reduzieren, müssen vor allen Dingen aufpassen, dass er sich nicht noch vergrößert. Die Position teile ich uneingeschränkt. Auch ein spannendes Thema. Das werden wir uns natürlich auch demnächst mal wieder annehmen. Herr Mondstadt, vielen Dank, dass Sie uns hier besucht haben in unserem Studio. Und liebe Zuschauer, Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es hier wieder heißt, Interview der Woche.